Die Einwohnerheilig ist moin Nein nein bitte nicht Herzlich willkommen Was? Herzlich willkommen To Death Stranding Zurück Mit ihrem Donner von Frakes Alter ich habe ja jetzt Dings geguckt ne How to say drugs online fast Hast du das gesehen? Alter Warte Muss ich ihnen nachher was zeigen Also du brauchst neue Schuhe Neues Baby Ich glaube wir brauchen einen neuen Test Das machen wir in der Hauptstadt Jetzt kann er ja fast die Schuhe umziehen Das geht ja flott Richtungstaste oben glaube ich gedrückt halten Hat er ja schnell die Schuhe umziehen Hat er ja nicht die einen Schuhe weggeschrieben? Ne ich hatte noch ein Satzpaar Er hat noch ein paar da hängen Was gebraucht war hatte ich wechseln Das muss doch unglaublich anstrengend gewesen sein Ne 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 nicht super Klasse das ist mehr als genug Man nennt sich nicht umsonst eine Legende Ja Fallort ist das hin Und warum ist unser Ragnar nicht Legende? Vielleicht könnten wir dann vielleicht mal irgendwann eine Legende werden Warum so manche beschädigter als andere Auf welche bin ich rauf gefallen Auf welche bin ich rauf gefallen? Auf alle unter 50% Also Hack Mal was mir auch nochmal in den Sinn kam ist Wir spielen ja auch auf schwer ne Warum kriegen wir Punkte für Fachzustand Ich habe keine Ahnung Wir hatten keinen. Ich will einen Monoran fahren, jetzt hat er die Fresse. Oh, die Frames gerade. Erstmal die Markierung. Du musst aber auch bald echt mal wieder im privaten Raum, allein wegen der Ausdauer. Waffeneinschein. Da kannst du die Stiefel wechseln. Aber da gibt es keine schöne Animation zu. So. Ja. Pinkel das Motorrad an. Muss ich das Ding jetzt mal unten gedrückt halten. Und unten gedrückt halten. Genau. Oh Gott. Na dann. Jetzt pinkel den Generator an. Oh ja. Kann nur helfen. Schön Pilzen in den Generator stehen. Aber jetzt das Motorrad. Ne. Na hören sie mal. Danke. Fahrzeug benutzen. Oh. 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 Oh Gott. Oh mein Gott. Brace yourselves. Brace your anuses. Ja. 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 Dafür sind die Brücken glaube ich auch ganz gut. Ich glaube wir explodieren gleich. Ach das blaue ist der Zustand und das längste ist Akku ja. Angst. Ja. Okay. Ich dachte eigentlich erstmal mehr über die. Ich dachte auch. Du machst das jetzt alles mit Absicht ja. Ne. Ich versuche hier gerade wieder ein bisschen auf freie Fläche zu kommen. Ja. Weißt du was fehlt da dran. Ein Klingel. Kling. Kling. Hört den Akkuverbrauch. Okay. Aber du hast gerade deine Monster Energy Flasche nochmal ein bisschen aufgefüllt. Lass mir Reifen durchdrehen im Stehen. Mit L3. Problem Boosters. Boah. Richtig fesch. Oh je. Sammeln doch alles ein. Metalle und so. Kannst doch alles aufs Moped laden. Gibt Geräusche von sich ne. Da fehlt echt nur ne Klingel. Scann mal. Boah. Kannst du hier umfahren? Oh mein Gott. Es geht. Vor allem mit Slow Motion. Boah. Jetzt pinkele ihn an. Boah. 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 bauen so eine da und die muss aber leid geben sonst sonst nicht mehr fahren ja ganz viele ich bin kacke ich hätte mir auch gedacht das ist ein bisschen mehr offroad bisschen geiler ist klebt viel zu sehr am Boden und man merkt dass Kojima davon keine Ahnung hat das ist echt nicht toll und auch das Terra ist total also das ist ja wisst ihr was ich meine? Bist schneller unterwegs, das ist gut oder so ja und du kannst halt, du brauchst halt nicht mehr Gleichgewichtskram nicht machen nicht vergessen hier Capital Code City hier, kannst du ja mitnehmen das ist halt der Vorteil du brauchst den ganzen Gleichgewichtskram nicht machen kannst du das denn vorbeifahren mit Dreieck einsammeln und du steigst auch nicht ab um das einzusacken nö kommst du nicht ganz hin oder? da cool, aber nicht lange oder? haben sie in der Zukunft ja ganz schön geschlampt das Tesla jetzt ja schon weiter Boah, wirklich? oh mein Gott Alter oh mein Gott ist das bad also das haben sie echt scheiße gemacht muss ich hier wie sagen aus ja ist das ein Generator? ja du kannst ja du kannst ja du kannst bisschen du musst dir auch Danke sagen unbedingt kommst die Pack nicht hoch ne? ganz toll das ist für dich das ist für dich okay ich glaub du bist dran vorbei ich glaub du bist schon dran vorbei als er ganz aus dem stand in dem wheelie macht der sinn dass er aus dem stand in dem wheelie kann ist ja hinten viel schwerer mit dem einen rat geben oder zwei die prototypen sind teil deiner nächsten lieferung mit hilfsgütern für die einwohner von portland city portland city ist recht weit von gd gebiet entfernt aber falls sich die dies näher sind die waffen bestimmt nützlich waffen außerdem können sich die menschen verteidigen wenn sie außerhalb der stadt unterwegs sind die lieferung enthält außerdem verschiedene medikamente sowie menschliche spermen und einzeln ok ist das material ist unerlässlich um die genetische vielfalt zu erhalten steffern liefert jetzt sperma ist die städte sind ja so innovativ richtung süden der usa ist dann wohl not city und sowas und 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 mexico not city ich weiß nicht mein vater ist mein ankel city not 50 kilo ja wie gut dass du ein moppet hast wo du drauf tun kannst ne ich glaube ich will nimm mir aber ein paar hier für die einen person mit blutbeutel 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 es wird automatisch ein neuer beutel aktiviert ok wenn du eine blutverbrauchende waffe benutzt wird das blut zuerst in den blutbeutel und dann sams körper entzogen blutgranate blutke blutbeutel sam dies ist unser erster versuch eine anti-gd-waffe zu entwickeln ich musste aus dem was wir hatten schnell etwas bauen sind also modifizierte handgranaten so sollen sie jedenfalls funktionieren sie wurden bis jetzt nie im feld getestet wer weiß vielleicht kannst du als erster ein gd eliminieren und das wär doch etwas Aber selbst wenn sie funktionieren, musst du bedenken, dass sie dein Blut enthalten. Zapfst du zu viel ab, verpasst du dir eine Anämie. Ja, nicht so cool. Nee, der fitzt nicht. Ja, dann. Oh, ein paar Generatoren unterwegs. Kannst du nur im Stromnetz bauen. Hilfslieferung, Sperma und Eizellen. Kannst mit X gedrückt halten, glaube ich, alles auf dem Rücken. Und ein 2 Kilo. Alles gut. Jetzt die Animation wieder. Warum steht der denn da damit? Warum tut der das nicht in der Entmoppelt? Das holt weg. Oh Gott. Hä? Du sollst jetzt da rein tun. Oh, nee, können wir so fahren. Das geht nicht. Oh mein Gott, Alter. Weißt du überhaupt, wo du hin musst? So funktioniert Physik nicht. So funktioniert gar nichts. Das hat er hängengestellt hier. Dies Schein hat keiner mehr. Das ist echt so schlecht gemacht, ne? Verstanden? Das ist echt schade. Also ich habe mich wirklich darauf gefreut, dass man hier mehr über die Steine rüber springen kann. Hast du gesehen, ne? Das ist ja wohl überall. Wenn man auch fährt wie der letzte Arsch, ne? Hä? Wenn man auch fährt wie der letzte Arsch. Ach nee, das sieht super aus. Ja. Dann stummst du echt leer, ne? Warum ist das so? Wie soll ich da eigentlich noch? Regeln. Ist hoch, komm. Okay. Gut. Jetzt niemand mehr. das sieht sogar mit dem tor umtraum aus da ist ein ladekabel mit ich würde auch echt gerne sehen wie das aussieht wenn du die scheiße ans moped hängst ja hier passt ein generator perfekt hin gerad aufstellt der stock aber machen wir uns mal mit 8 minuten nein macht für den moped kein unterschied da doch motorrad dann aber auch das reicht oder wird alles drauf laden ok also sieht man wirklich alles dann an dem ist auch cool dann musst du glaube ich x drücken so viele stücke weiß nicht wie viele slots das hat holen ist alles ok mich sieht jetzt was passiert wenn er dreieck drückt hätte stand auf dem rücken tragen motorrad aufgenommen und auf dem rücken getragen ich trage jetzt das moped ich glaube da kommst du nicht lang oder was vielleicht mal auf dem map noch ein ding ist ein bisschen wayport mäßig so jetzt musst du da hoch also ich glaube du kommst nicht mit leidem hoch ich glaube ich komme insgesamt gerade links oder links doch da rechts weiter da dann da hoch da könntest du okay wie schreit oh gott wir brauchen neues motorrad wo soll ich jetzt mal ohne gehen ne wo soll ich jetzt mal ohne gehen ne ich glaube das wird ein tückchen ne mhm o Во großartig ich habe meine Blue-Connaden die hast du alle Warnets hingetan ich glaube die hattest du mit aus dem Motorrad drauf gepackt die werden sich alle wieder aufgehoben gut liegen sie vielleicht unter Fracht und nicht in deinem weiß ich nicht also quasi hinten auch was ich meine guck mal da ist die Blue-Beutel ich weiß nicht was in der Hand also so weit habe ich verpasst ich war kurz weg Moped ist kaputt ist nichts passiert das Moped ist eines natürlichen Todes gestorben eines natürlichen Todes achso und das ist vollkommen fein Blutgranate die hast du jetzt nicht in dem Dings ne ich weiß nicht wie ich sie da reingekommen die sind wo reingekommen läuft das gleich unter Waffen also nach unten ne das ist dann nur nix da da und dann achso da hast du ne jetzt hast du die in der Hand warte wenn er jetzt ein bisschen mehr dann ausschlägt dass du die dann da hin wirfst oder wird da hier ja oh sieht sehr geil aus ich glaube die direkt zu treffen ist schwer ne ob es da auch noch Schusswaffen gibt oder sowas ok ach eine Dings sind immer 5 Granaten oder was du hattest ja nicht 5 mal Granaten gemacht eine Ladung sind immer 5 Granaten oder was ok die haben auf jeden Fall keinen Bock auf das Roten die sind ja toll ne ja na na au oh was . konnt gott die lichtsmarrung hm eh ne Ist das ein Cthulhu-Verhalten? Oh, ich hatte ne Lifebar! Ja, mit den Granaten wirst du es jetzt nicht hinbekommen, du hast noch zwei. Der Baby ist auch ausgenockt. Okay, krass. Alter! Das geht aber da, da gibt es schon ein Schein. Das Problem ist, du brauchst Pakete, ne? Box das Ding! Sehr gut! Soll ich, da kommen die nicht irgendwie nachfüllen? Nein! Du hast ja keine Granaten mehr! Blut hast du noch, aber keine Granaten! Was willst du jetzt bauen? Briefkasten? Oh ne Brücke! Wie cool ist das denn jetzt bitte? Ist echt geil gemacht, oder? Ja! Das Problem ist, die Quest können wir wiederholen, ne? Ich glaube nicht, dass du den Quark noch wieder bekommst. Nur mehr Blutgranaten. 200 Blutgranaten mitnehmen. Oh! Okay! 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 Hat auch schon genug mehr! Du kannst ihn nicht anpickeln, weil du nichts getrunken hast, oder was? Ich glaube, du kannst ihn auch nicht totboxen, habe ich das dumpfe Gefühl! Kann doch nichts machen, wenn du so! Ja, du hast halt keine Granaten mehr! Ja! Das ist echt geil gemacht! Du musst halt deine Pakete wiederholen, ne? Ich glaube, du hast ein Gebäude, da wird dich nie beschützen, ne? Wenn er hochklettert? Na, ist nicht wahr! Hm? Oh! Er spuckt dann, ne? Aber... Wie soll der hier hinkommen? Ich muss die Frage, was machst du jetzt? Ungeingegang! Das ist ungeeignet! Weil auf Beton kann man schlecht bauen! Kennen wir ja, ne? dass wir die mission nicht wiederholen müssen und morgen dann hier weitermachen wir bedanken uns fürs zusehen und du kannst dich jetzt auch hinsetzen danken uns wieder fürs zusehen haut rein bis morgen